Also ich glaube, das Aufrechterhalten wird immer leichter. Manchmal muss ich den Regler auch sogar ein bisschen runterschrauben. Weil manche einfach überfordert sind, obwohl wir müssen nicht. Aber ja, halt immer wieder tue ich auch das Nichtleid vorziehen, aber eigentlich überall lebe und genau zu diesem Einheit-Dingens. Genau. Spielplatzschule, Mutter, Kind, Wortakrobat. Foxy-Vater. Genau, ich habe auch den Brief geöffnet, weil mein Vater sendet mir eigentlich Briefe. Und wegen Trauma habe ich dann aber eigentlich Panikattacken bekommen, aber ich habe das nicht mehr. Also alles fließen lassen, auch das Gefühl, da draußen rutschen, einfach fließen lassen. Also alles, was kommt. Man heult dann oft. Irgendwann kann man auch gleichzeitig kontrollieren und nicht kontrollieren. Zum Beispiel, dass man da nicht weint. Also, dass es irgendwie egal ist. Ähm... Genau. Hm... Was mache ich noch? Ja, nachgeben. Ähm... Das ist eigentlich das, was ich ständig mache. Und ähm... Das ist so sanft, dass es manchen Leuten weh tut. Und es tut mir leid. Und... Und... Hm... Genau. Auch dieses, ähm... Wenn man dieses Emotionssurfen macht, also bei allem mitfließt, ähm... Was da irgendwie kommt. Oder man auch fühlt oder so. Ähm... Es pendelt sich ja irgendwie mehr, immer mehr ein. Und dann war kurz noch so eine Angst da. Wegen Nullpunkt. Aber Nullpunkt und Pendeln gleichzeitig zulassen. Puh... Innerlich. Also, wow. Ähm... Ich schreibe auch mit manchen Leuten. Ähm... Ja, einer hat dann auch zum Beispiel sein inneres Kind mehr rausgelassen. Das war voll schön. Ähm... Weil mit dem rumblödli... Ähm... Kann man, glaub, einfacher loslassen. Dann tut es nicht ganz so weh. Wenn es so spielerisch macht. Ähm... Aber gleichzeitig eben... Erwachsen und Kind sein. Beides. Und... Ähm... Genau. Das hat sich wie Geburt angefühlt. Dieses gleichzeitig. Dieses Pendel-Dings. Und dieses Nichts. Und, ähm... Vielleicht irgendwie Entstehung. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war's krass. Ähm... Ich hab... Ich weiß nicht. Ich probier grad einfach aus. Also, auf Kommando einschlafen kann ich noch nicht. Ich weiß nämlich, dass das manche können. Das hab ich... Erfahren, dass das irgendwie manche Yogis können. Das kann ich noch nicht. So weit bin ich noch nicht. Ähm... Weil... Weil... Ja... Ich hab irgendwie so... Ja... Ziemlich viel rum. Aber dann auch die Disziplin lernen. Und das... Ja... Beides gleichzeitig. Ähm... Beides sein. Und, ähm... Konzentriert und unkonzentriert und sowas. Genau. Also bis zur Entstehung meditieren. Ähm... Einfach festgestellt. Das Einheitsgefühl hat auch was mit dem Mutterleib zu tun. Und Verbindungen und so wie Nabelschnur. Und dieses Sicherheitsgefühl und warm. Und, ähm... Genau. Ich bin im Prinzip durch mein komplettes Leben gereist. Vielleicht merkt man das auch so ein bisschen so. Ähm... Ich wurde irgendwie immer jünger. Bis zu meiner Entstehung. Obwohl es zwischendurch so ein bisschen auch so geschwankt hat. Wie arg das jetzt war. Aber... Aber gleichzeitig auch dieser IQ von dem Erwachsenen. Das ist sehr lustig. Ähm... Ja, intelligente Kinder. Ja. Und... Ja, gleichzeitig eben Verstand und Emotion. Ähm... Genau. Ich hab mich, ähm... Wenn ich da quasi jünger wurde. Weil ich bin ja durch mein komplettes Leben geflossen. Ähm... Ja, ich denke ich musste manche Dinge einfach nochmal erleben, um neu zu lernen. Weil Kinder lernen besser. Ähm... Positive Erfahrungen sagen zum Beispiel. Sowas wie Nein sagen. Aber auch nachgeben. Ähm... Ähm... Ruhe. In jedem Wort. In jedem Wort Liebe. Also wenn man schreit. Genau. Und, ähm... Ich hab was geschenkt bekommen von der Mitpatientin. Weil... Manche öffnen sich grad auch mehr. Weil ich... Immer wieder... Eine Wühlmaus bin. Ähm... Und... Ja, genau. Ähm... So zwei Fackeln. Sind für mich und meinen Freund. Das ist eine Überraschung. Und... Genau. Das Kind hat dieses... Ja... Alles wird gut. Bauchgefühl. Das kann man auf jeden Fall nutzen. Und, ähm... Ja, dieses... Dieses kindliche Urvertrauen in alles. Aber... Ja, der Erwachsene passt auf. Und ein Kind kann rumrennen. Ähm... Äh... Ja. Ich meine, okay, der Erwachsene kann auch handeln. Ich merke auch... So der eine Anteil lernt vom Anderen. So die ganzen Fähigkeiten. Oder... Es ist zwar so lustig, als ich so... Wirklich jede Altersstufe durchgegangen bin. Also wirklich... Ich glaub teilweise ist da echt ein kleines Mietchen rumgelaufen. Ich meine, man kann ja... So arg meditieren, dass man anfängt zu brabbeln. Und... Genau, ich hab was bemerkt. Und zwar... Ähm... Es war ja die ganze Zeit da. Mit der Erleuchtung. Aber... Ich hab's halt immer weggedrückt. Und... Äh... Wie oft das bei mir gekommen ist. Und wie... Also bei mir ist jetzt... Ich weiß jetzt immer... Wann das kam. Und... Ähm... Genau, ich hatte eine Zeit lang gefürchtet, das wäre zu rett oder so. Das war einfach der Kontrollverlust. Ähm... Man kann den auch so arg... Geschehen lassen, dass man gar nichts mehr mitbekommt. Ähm... Genau... Aber dieses ganze mitbekommen, ähm... Da bin ich nicht lange drin. Ähm... Obwohl... Naja... Ähm... Zumindest, dass man nicht mehr zum Beispiel an irgendwelchen Geräuschen haftet oder sowas. Ähm... Ähm... Genau... Ich lerne halt immer mehr grad auch diesen Verstand... Als Werkzeug zu benutzen oder das Ego oder so. Es geht aber nur... Ähm... 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 Aber im Prinzip so ein bisschen auch zurückgeholt. Ähm... Muss mal schauen... Ob ich das irgendwie auch mal so einplanen, dass ich auch dieses Wegschweifen noch mehr ein bisschen übe, weil dann kann ich vielleicht auch dieses auf Kommando schlafen dann irgendwie noch lernen. Ähm... Ähm... Und... Genau... Weil ich, ähm, so viel nachgebe, ähm, tun einige Leute projizieren. Und man projiziert glaube umso mehr, wie verkrampfter man ist. Es ist nicht schlimmer, wann das macht, weil alles okay ist. Aber ich glaube, man kann da so sehen, wo noch so ein bisschen Aua bei einem ist, wenn man da irgendwie Angst oder sowas fühlt. Ähm... Ja... Ähm... 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 Äh... Äh... Genau. Ich find's so toll. Man wird immer mehr so bewusst, warum mein Unterbewusstsein bestimmte Dinge toll fand. Oder findet. Ähm... Und, ähm... 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 Ja... Ähm... 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 Ich lerne grad eben noch, wie das für andere halt so am sanftesten ist, zu fallen. Ähm... Viele haben da ziemliches Ur. Und, ähm... 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 Ja... Genau. Ich bleib mir da noch so dran. Mhm... Ich würde ehrlich sagen, fühlt sich so an, als würde ich zu einem gewissen Prozentsatz die ganze Zeit meditieren. Ähm... Und... Äh... 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 Ja... Alles zulassen irgendwie. Man nehmen. Radikale Akzeptanz. Äh... 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 Äh! Also... Ich weiß nicht, viele Textzeilen sind dann schon in meinem Kopf. Und... Äh... 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 Ja, ich freu mich auf meinen Geburtstag, ja, dann seh ich Captain Hank und, weiß noch nicht, find's cool da irgendwie auch dann zu filmen, aber vielleicht nach der Musik und, genau, ja, ich merke halt, je mehr ich rumschweif, umso mehr bin ich so, boah, aber ich lieb das voll. Ich mein, ich kann auch weniger rumschweifen als jetzt, aber je mehr umso schöner, ich mein alles schön, aber, ja, ich zieh immer wieder gewisse Dinge anderen vor. Also dieses alles gleich leben, hab ich nicht die ganze Zeit, aber immer wieder. Ja, das ist voll schön und, ja. Ich glaub, ich mach vielleicht noch so ein paar Videos, was bei was hilft. Ich musste aber, ja, auf eine gewisse Art und Weise auch ein bisschen rein fühlen bei Sachen, die jetzt so noch nicht so hatte. Einfach irgendwie so komplettes Mitfühlen, weil dann ist es so am empathischsten, auch wenn man natürlich falsch liegen kann. Aber man lernt halt Stück für Stück dazu. und, ähm, genau. Ne, Fantasie kann volles Werkzeug sein, eigentlich alles, auch zur Aufrechterhaltung. Ähm, ja, und nein.